Na alle zusammen, ich hier ist wieder Hotchela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um den letzten von den vier Runensteinen der Covenant Fraktion und zwar sind wir jetzt bei den Knight Fee. Ich befinde mich hier einmal im Covenant Sanctum, Herz des Waldes und dafür müsst ihr als erstes mal bei den Knight Fee einmal anheuern, auf Stufe 60 kommen und dann könnt ihr hier im Herz des Waldes, hier im Ardenwald, einmal auf die Koordinaten 59, 35 gehen und dort haben wir verschiedene Händlerinnen und wir müssen einen bestimmten anquatschen und zwar hier diese hier, Elwin heißt die und die verkauft uns einen Haufen Sachen unter anderem Pets, Transmog, Waffenillusionen, auch verschiedene Mounts können wir hier eintüten aber auch ein Item und zwar Ruhestein der Nachtfee und den wollen wir uns heute angucken kostet insgesamt 57 Anima, den kaufen wir uns einmal und bevor ihr euch das für 57 Anima kaufen könnt, braucht ihr aber eine gewisse Ruhmstufe und zwar brauchen wir die Ruhmstufe 11 müsste es sein genau, dann schalten wir nämlich den Ruhestein frei sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr euch den für 57 Anima kaufen wir lernen ihn einmal, gucken uns das schicke Toy einmal an blenden wir mal die Toys ein, die ich mir jetzt erspielt habe Ruhestein und ihr seht, hier gibt es schon einige Ruhesteine unter anderem haben wir jetzt hier den Ruhestein der Nachtfee und viele andere, wir haben hier auch den Dekoriana, den habe ich euch schon gezeigt von den Necrolords und auch von den Ventir, aber der heißt glaube ich Sündenstein von den Ventir falls euch die Animationen interessieren, schaut einfach die Videos davor in der kleinen Playlist an aber jetzt erstmal den von der Nachtfee und ihr seht schon, wir haben hier wieder einen coolen Effekt übrigens das Ganze bringt euch natürlich nicht hier in die Packzentrale sondern dorthin, wo ihr den Ruhestein hingelegt habt wir brechen das jetzt aber einmal ab, ich will mich jetzt hier nicht wegporten hier ist nämlich recht schön im Herz des Waldes und ja, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen ihr braucht einen Nightfee, ihr braucht Ruhmstufe 11 750 Anima und dann habt ihr den schönen Ruhestein dann könnt ihr theoretisch euren normalen Ruhestein wegschmeißen den braucht ihr nicht mehr, sondern könnt euch dann immer mit dem Zauber hinporten selbiges gilt natürlich für alle anderen Ruhesteine übrigens, ihr könnt die Ruhesteine der anderen Fraktion ähm ah, die können wir jetzt auch einsetzen okay, Blizzard hat es anscheinend geändert muss ich mal gucken, kann ich den? ne lol, ich kann den von den Neckolords, kann ich nicht einsetzen aber den von den Kyrianern kann ich einsetzen okay jetzt schauen wir mal noch bei den Vent hier wenn, ah, Sündenstein heißt der Sündenstein schauen wir mal, ob der geht der geht auch okay, strange ich kann nur den von Maldraxxus nicht einsetzen gut, eigentlich wollte ich euch jetzt sagen, dass man den von den anderen Covernants nicht einsetzen kann anscheinend, äh, kann ich die von den anderen Covernants, wenn ich mir die gekauft hab, doch einsetzen außer den von Maldraxxus macht es Sinn nein, vielleicht macht da Blizzard auch noch was aber gut, so viel dazu ähm, genau, dann sind wir am Ende von dem kleinen Video ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen und ja, sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder euer Tela, bis dann, äh, ciao und dann, äh, ciao